Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog, wo ich heute bin, wo ich hier rummache. Guck mal, da ein bisschen sehe ich. Wo ich hier rummache, erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich bin heute in Jelsenkirchen unterwegs. Ich bin hier in Jelsenkirchen-Bur, wenn ich das richtig sehe. Hier ist so ein kleiner See, um den laufe ich hier einfach drum herum. Eine Stunde ist der Plan und dann sehen wir weiter. Ich wende mich gleich, weil ich will mal gucken, ob das hier ein schöner See ist oder nicht. Das sieht mir aus wie ein Tümpel. Mal gucken. Ja, der Tümpel, der ist nicht besonders toll. Hier in Jelsenkirchen. In der Nähe haben wir ja die Schalker jetzt Stadion irgendwo, was weiß ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall laufe ich in meine Runden um den Tümpel bis in zehn Minuten rumgelaufen. Das heißt, ich mache jetzt sechs Runden. Das ist mein Plan. Und dann steige ich wieder ins Auto. Saugeil. Auf jeden Fall habe ich noch eine Stunde trainiert. Dann ist alles gut. Hier sieht man noch mal so kurz den See. Nix Tolles. Muss man nicht gewesen sein. Aber ich war da. Ganz wichtig. Also tschüss. Bis gleich. Ich bin jetzt schon bei meiner dritten Runde. Gut 25 Minuten habe ich schon hinter mir. Sonne scheint. Alles cool. Ist eigentlich doch ganz schön hier, muss man sagen. Jelsenkirchen haben ein schönes Fleckchen irgendwo hier. In Buhr. So nennt sich das. Wie der See heizt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier mit einem Schwan durch die Gegend fahren. Ne, da sind so Schwanen als Tretboot verkleidet. Ja, ich mache mal weiter. Was ich hier überhaupt in Gelsenkirchen mache, erzähle ich gleich. Ich bin jetzt bei meiner fünften Runde. Und danach kommt noch eine. Aber hier gibt es eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Ich bin in Gelsenkirchen, weil ich bei einem Kunden war. Vielleicht machen wir ein gemeinsames Projekt. Und deswegen bin ich den ganzen Weg hierher gefahren. Aber nehme ich natürlich noch ein Laufen mit. Also ich melde mich gleich wieder am Auto. Und dann habe ich meine Zeit vollendet. Ich bin jetzt bei meiner sechsten Runde. Alles cool. Fast eine Stunde voll. Ich habe noch so circa fünf Minuten vor mir. Dann bin ich bei meinem Auto. Alles geil. Geiler Sportvlog. Schön bei gutem Wetter durch Gelsenkirchen gelaufen. Alles super. Bis gleich. Am Auto. Bin jetzt bei meinem Auto angekommen. Eine Stunde Jogging durch Gelsenkirchen. Alles cool. Jetzt kann ich hier machen Open Sesame. Ne, Moment. Open Sesame wollte ich machen. Genau. Jetzt geht die Tür auf. Also. Sport machen. Hunder vom Sofa. Cheerio mit Sophie. Tschüss aus Gelsenkirchen. Wir sehen uns demnächst woanders. Bis dann.